Hallo! Heute gibt es den versprochenen Primer-Vergleich von mir. Ich habe einige Primer getestet und ich wollte euch sagen, wie ich sie finde. Ich stelle euch kurz die Primer vor und sage euch, wie ich sie finde. Also erst zeige ich euch kurz alle, damit ihr wisst, ist überhaupt was dabei, was euch interessiert. Ich habe einmal getestet den Pixi Primer Flawless Beauty Primer. Den habe ich ja bei HQ herbestellt. Dann ist dabei der Isadora Undercover Face Primer. Den habe ich beim Douglas Testsieger-Wettbewerb oder Gewinnspiel oder was auch immer das war gewonnen. Also da konnte man sich als Tester bewerben und da wurde ich halt ausgelost. Und da war der dabei, da waren auch ein paar andere Sachen dabei. Ich reviewe jetzt erstmal den. Der ist dabei. Dann ist dabei die Alverde Mineral Make-Up Base aus der Drogerie von dm. Dann ist dabei Lab Girl von Benefit Brightening Face Primer. Dann ist dabei der L'Oreal Magique Primer. Ich weiß nicht, ob es den in Deutschland gibt. Keine Ahnung. Der war mal bei einer Foundation dabei. Also bei der L'Oreal Magique war der mal dabei. Und dann noch den Clarins Eclaminute Complexion Perfector. Der ist dabei. Also zwei Drogerie-Primer. Der Rest ist eher so high-end. Genau. Womit fange ich an? Ich fange mal mit den Drogerie-Primern an. Den von Alverde. Ich hatte euch auch schon mal ein Video gemacht mit vier neuen Alverde-Produkten im Test. Das kann ich euch nochmal verlinken. Meine Meinung hat sich seitdem nicht geändert. Ich war damals schon nicht so angetan und bin es auch immer noch nicht. Also es ist halt, soll die Haut auf Make-Up vorbereiten, ebenmäßig erstrahlen lassen, optimiert die Haltbarkeit des Make-Ups. Ich muss ehrlich sagen, bei mir macht er nichts von alledem. Ähm, ist natürlich auch ohne Silikon und so weiter. Und, ähm, ja. Also es ebnet das Hautbild eigentlich gar nicht, ähm, bei mir. Ich schüttel das, weil ich euch dann gleich noch so Swatches abfotografiere. Und, ähm, ja. Kostet, also die Preise schreibe ich euch nochmal unten rein, weil ich sie nicht alle auswendig weiß. Ich glaube 3,45 kostet da. Sind 30ml drin. Ähm. Ohne Konservierungsstoffe und so weiter. Ähm, ja. Finde ich nicht wirklich gut. Also macht leider nichts. Ähm, deswegen. Bei mir eher durchgefallen. Ähm, meine Mutter, meine Schwester haben den auch. Habe ich erfahren. Die finden den total toll. Also, ähm, es ist sehr unterschiedlich. Ich finde ihn nicht so gut. Aber vielleicht auch, weil ich noch viele andere getestet habe. Und ja, ich kann ihn nicht weiterempfehlen. Also, ich würde mir da eher einen anderen holen. Dann, äh, der Lumi Magique Base Primer. Ähm, das ist so einer mit Leuchtkraft auch, ähm, Effekt. Also, der, äh, der hier ist halt matt von Averde. Und der hier hat so ein Perlmutschimmert. Äh, seht ihr da gleich noch auf dem Foto. Ähm, kann man auch super als Highlighter verwenden. Also, den hatte ich auch schon mal hier so drauf. Sieht wirklich sehr schön aus. Und da ist natürlich sehr viel Silikon drin. Aber okay, es ist halt ein Primer. Ähm, ich finde, das Gesicht strahlt dadurch auf jeden Fall mehr. Und es verlängert die Haltbarkeit des Make-ups ein bisschen. Also, jetzt nicht so, dass ich sage, es ist ein Wunderprodukt, aber ein bisschen. Und ja, finde ich ganz gut. Ähm, sind 20ml drin. Ich weiß nicht, was der kostet. Ich weiß, wie gesagt, auch gar nicht, ob es den hier gibt. Mal, ich hatte mal mitbekommen, dass es den nur in den USA gibt. Und hier mal so eine Beigabe war. Weiß ich jetzt nicht genau. Müsstet ihr mal nachschauen. Also, ich finde ihn okay. Ähm, würde ich mir aber auch nicht nachkaufen. Dann mache ich weiter mit Benefit Z-Gerl. Ähm, also da kann man auf jeden Fall auch so einen Weichzeichner-Effekt erkennen, wenn man den drauf macht. Ich finde aber nicht, dass das Make-up länger hält. Also, den kann man auch als Highlighter verwenden. Oder halt unter dem Make-up so als Leuchtkraftverstärker. Dafür finde ich ihn ganz gut. Ähm, der riecht auch echt cool. So, bisschen Bubblegum-mäßig. Würde ich mir aber auch nicht nachkaufen, weil, ähm, allein dieser Leuchtkraft-Effekt reicht mir nicht. Ähm, und ja, der ist auch relativ teuer. Brightening Face Primer, äh, bla bla bla. 11ml sind hier nur drin, also sehr, sehr wenig eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, was der kostet. Bestimmt, also irgendwas mit 25 Euro oder so. Ähm, ja, würde ich mir nicht nachkaufen. Ist ganz nett, aber ist kein Must-Have. So, dann meine drei allerliebsten Primer kommen jetzt. Ich fange mal an mit dem Clarin Eclaminute. Den habe ich in der Farbe 02 Champagner Schimmer. Also, das ist wirklich so ein Leuchtkraftverstärkendes Produkt. Also, ähm, die Haut strahlt auf jeden Fall viel mehr, wenn man den drauf macht. Allerdings muss ich auch hier sagen, hält das Make-up ein bisschen länger, aber nicht viel länger. Also, es gibt nur einen Primer, der das bei mir, ähm, geschafft hat. Den seht ihr dann gleich. Ähm, ich finde ihn sehr, sehr schön. Ähm, er ist sehr doll parfümiert, was ich irgendwie nicht so mag. Also, von mir aus müssten die alle nach nichts riechen, was die meisten auch tun. Aber der riecht echt doll. Kann man auch als Highlighter alleine verwenden oder halt unter dem Make-up. Ähm, finde ich sehr cool. Also, würde ich mir auch nachkaufen. Da sind 30ml drin, der kostet auch bestimmt 25€. Ich schreibe aber nochmal die Preise unten rein. Genau, und das ist hier in so einem schönen Pumpspender. Die Verpackung finde ich natürlich auch wunderschön. Ähm, ja, kann ich weiterempfehlen. Ähm, finde ich sehr, sehr schön. Ähm, dann, äh, der von Pixi, der Flawless Beauty Primer. Das ist ja einer meiner neuesten. Habe ich in meinem HQ Hair Haul gezeigt. Der riecht eigentlich nach nichts, was ich sehr gut finde. Ähm, das ist die Farbe 01. Ich glaube, da gibt es auch nur eine Farbe. Der kostet um die 25. Ähm, der ist wirklich wunderschön. Also, der macht, ähm, das Hautbild auf jeden Fall feiner. Ich habe ihn nämlich heute drunter, unter der Foundation. Ich finde auch, dass das Gesicht mehr strahlt. Ähm, das Make-up wird auf jeden Fall dadurch verlängert. Also, das sieht man immer ganz gut am Blush. Ähm, das hält länger. Ähm, also das ist auf jeden Fall, ähm, Platz 2 bei mir. Platz 1 kommt dann gleich. Ähm, finde ich sehr schön. Also, macht so einen Glow-Effekt. Und hält, äh, lässt das Make-up länger halten. Und da ist es einfach ein sehr, sehr guter Primer. Ähm, ja, der Nachteil ist, dass man ihn leider hier nicht bekommt, sondern muss man im Internet bestellen. Lohnt sich aber wirklich. Ähm, schaut euch den mal an, wenn ihr sowas sucht. Ähm, der ist halt mit Glow. Ähm, sehr schöne Farbe. Kann man auch als Highlighter alleine verwenden. Ähm, dann mein absoluter Testsieger und Liebling ist der von Isadora. Also, eigentlich bin ich überhaupt nicht der Isadora-Fan. Also, ich kaufe mir eigentlich gar keine Produkte von der Marke. Und ich bin sehr froh, dass der Primer, ähm, in dem Testpaket dabei war. Ich war völlig unvoreingenommen. Ähm, äh, unvoreingenommen. Ähm, also, ähm, das ist wirklich meine eigene Meinung. Ähm, ich bin sehr begeistert von dem Primer. Also, das Make-up hält wirklich den ganzen Tag. Ich merke das jetzt. Ich bin jetzt immer auf der Arbeit acht Stunden und dann noch drei Stunden fahren. Abends ist das Make-up immer noch da und auch der Blush ist noch da. Also das ist mir wirklich aufgefallen. Es macht die Haut sehr weich, das Make-up lässt sich besser auftragen. Das hätte jetzt aber keinen Glow mit drin. Also ich würde sagen, die beiden sind meine Lieblinge. Der ist mit Glow, der ist ohne Glow. Also für die Arbeit und so, da nehme ich halt wirklich lieber den. Den gebe ich dann hier auf die Wangen, ein bisschen auf die Stirn und hier unten hin. Sonst eigentlich nirgends. Ja, unter der Foundation-Auftragung für ein makelloses und langanhaltendes Make-up. Stimmt auf jeden Fall. Der ist so ganz, ganz leicht getönt. Seht ihr dann gleich nochmal, aber eigentlich hat es keine Wirkung. Es sind auch 30ml drin. Ich weiß nicht, was der kosten soll. Der ist ja ganz, ganz neu. Kommt der ins Sortiment? Auch irgendwas mit 25 Euro oder 29? Bin mir nicht ganz sicher. Ja, kann ich wirklich ultra empfehlen. Ich finde den super, super gut. Hätte ich gar nicht mit gerechnet. Ja, den würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Also die beiden sind meine absoluten Favoriten von Pixi und der von Isadora. Wie gesagt, den, wenn ihr mehr strahlen wollt noch und der, wenn das Make-up viel länger halten soll und wenn ihr es besser auftragen wollt, das Make-up. Genau, das war so mein Overview über meine Primer. Wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie mir sehr gerne. Ich freue mich immer über eure Kommentare. Und ja, dann hoffe ich, hat euch mein Video gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.